Hallo und herzlich willkommen in meinem Badezimmer, was auch offen ist. So, wir gehen jetzt mal durch meine Wohnung zum Strand. Erstmal Schiebetür auf und in das Bad hangen. Tür zu. Hier das schöne Bad. Tür auf zur Wohnung. Oh, das ist mein Schlafzimmer. Mein Bett. Vorhang auf für das Wohnzimmer mit Küche. Mütze auf nicht vergessen, weil draußen ist es schon heiß. Deswegen Vorhang auf für das Baumformfenster vor der Tür. Und raus in die gute Stube. So, herzlich willkommen draußen. Das ist übrigens hier die Hütte von meinem Nachbar Benni. Kann ich auch mal verlinken. Dann gehen wir jetzt mal zum Strand. Hier wird übrigens noch ein bisschen gebaut. Zunächst neue Hütten. Und da ist unser Büro. Hier lebt der gute Ranno. Hier. Und ihr seht vielleicht schon das Meer. Wo auch schon ein paar Leute sind. Hier ist übrigens unsere Küche. Da. Da. Und da. Und da. Da ist einfach das Meer. Und da. Und da. Hier wird nach vorne. Nice. Das ist übrigens gerade hier ein bisschen Ebbe. Wenn Flut da ist, dann ist das Wasser da. Ja, okay, einfach niemand hier, wir bauen hier noch Brandburgen, Benni hat gestern Jetzt haben wir hier auch schon Krebs entdeckt, hier ist ein Seeigel, nice, so, und bevor ich mir jetzt einen Sonnenbrand hole, will ich wieder zurück empfassen Bonsai, tschüss